So Leute, ihr seht ja, ich habe so viele Aufgaben noch. Ist jetzt kurz was in eigener Sache. Ich werde jetzt auf Twitch online gehen. Wer Bock hat, kann mir gerne helfen bei den Aufgaben. Wie gesagt, der Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Aber ich sag schon direkt, ich glaube, wir sind kurz davor, den Skin zu verlosen. Also, wer Bock hat, sich einen Skin mitzunehmen auf kostenloser Basis, kann natürlich auch gerne vorbeikommen. Einfach unten in der Videobeschreibung ist der Link. Einfach drauf gehen auf den Kanal. Und dann sehen wir uns auch schon im Livestream. Welchen Skin könnt ihr heute bekommen? Zum Beispiel den Sperranger für 800 V-Bucks. Also, wer Bock hat, einfach vorbeikommen. Wer sich den aber auch sogar erspielen will und schon öfters bei mir im Chat war, einfach auch vorbeikommen, 5000 Kanalpunkte einsetzen, einen Solo-Versus-Doo spielen und schon hast du auch einen Skin. Oder du sparst dir die 800 V-Bucks dann, falls du gewonnen hast und kannst dir eventuell, wenn du es nochmal schaffst, zu gewinnen. Welchen Skin haben wir gerade für 1,5, nee, 1,2. 1,2, 1,2, 4, 1,2. Könntest ihr sogar Schneepatrouille holen, der jetzt schon fast in die Ahnung nicht mehr im Shop war. Also, wie gesagt, einfach vorbeikommen. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.